Du hast den Schulabschluss in der Tasche und fragst dich, wie es nun weitergeht? Na, wie wärst du mit der dualen Ausbildung? Duale Ausbildung verbindet das Beste aus Theorie und Praxis und am allerbesten, du verdienst ab dem ersten Tag dein eigenes Geld. Wir von der IHK, wir unterstützen dich beim Einstieg in deinen Beruf, ins Berufsleben und wir koordinieren alles rund um die Ausbildung. Wir sind Kontakt für dich und deinen Ausbildungsbetrieb und am Ende des Tages nehmen wir auch deine Prüfung ab. Das ist es aber noch nicht. Darüber hinaus bieten wir dir wichtige Tipps und Tricks für die Ausbildung, in der Ausbildung und helfen dir da auch auf deinem Weg. In der IHK-Broschüre Fit4Job findest du hilfreiche Infos rund um die Berufswahl, Bewerbungstipps und eine Übersicht aller Ausbildungsbetriebe in der Region. Alleine die IHK betreut über 200 Ausbildungsberufe. Du hast also die Qual der Wahl. Übrigens, für Abiturienten gibt es spezielle Abiturientenmodelle. Wenn du den passenden Ausbildungsberuf gefunden hast, geht's ans Bewerben. Aber wo? In der Fit4Job findest du eine Liste mit allen IHK-Berufen und den dazugehörigen Ausbildungsbetrieben. Außerdem kannst du auch online in der IHK-Lehrstellenbörse nach freien Ausbildungsplätzen suchen. Nun geht es ans Eingemachte, deine Bewerbung. In der Fit4Job erhaltet ihr hilfreiche Tipps für euer Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräch. Du hast eine Zusage? Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Als nächstes wartet dein Ausbildungsvertrag auf dich. Deine Ausbildung startet. Gleich zu Beginn schickt dir die IHK deine Azubi-Card zu. Mit ihr hast du immer alle Daten rund um die Ausbildung parat. Und das Beste ist, du bekommst Vergünstigungen bei Unternehmen in der Region und deutschlandweit. Du hast Fragen rund um die Ausbildung? Dann melde dich bei den IHK-Ausbildungsberater. Auch wenn du während der Ausbildung Probleme oder Fragen hast, haben sie ein offenes Ohr für dich. Den Kontakt findest du in aktuellen Fit4Job oder auf der Website der IHK. Na dann kann es ja jetzt losgehen. Deine Ausbildung dauert zwischen zwei und maximal dreieinhalb Jahren. Danach bist du eine gefragte Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt. Und dir stehen alle Möglichkeiten offen.